Thailand. Ein Bissen von diesem Gericht kann zu Leberkrebs führen. Es ist kein Geheimnis, dass manche Lebensmittel nicht gesund sind, aber ein thailändisches Gericht wird mit einer alarmierenden Warnung versehen. Ob Pad Thai, Tom Yum Suppe oder Thai Hühnchen Curry, die thailändische Küche ist auch hierzulande sehr beliebt. Es gibt jedoch ein Gericht, das katastrophal für deine Gesundheit sein kann. Und zwar so sehr, dass schon ein einziger Bissen davon zu Leberkrebs führen kann. Es wird sogar angenommen, dass es jedes Jahr für den Tod von 20.000 Menschen in Thailand verantwortlich ist. Das Gericht ist in der thailändischen Provinz Khon Khen sehr beliebt und als als Koi Pla bekannt. Es besteht aus gehacktem rohem Fisch, der mit Kräutern, Gewürzen und Zitronensaft zerkleinert wird. Es wird von Millionen Thailändern gegessen, ist aber besonders beliebt in einer der ärmsten Provinzen des Landes, dem Isan. Nun ist es aber nicht der Fisch selbst, der bei denjenigen, die ihn essen, tödlichen Leberkrebs verursacht, sondern die parasitären Würmer, die in ihm leben. Parasiten sind in Süßwasserfischen in der Mekong-Region beheimatet und haben dazu geführt, dass es in Isan weltweit die bekanntesten Fälle von Cholangiokarzinomen, Gallengangkrebs, gibt, da dort so viele Menschen das rohe Fischgericht verzehren. Die Krankheit, die als «stiller Killer» bezeichnet wird, hat eine der niedrigsten Überlebensraten aller Krebsarten, wenn sie nicht durch eine Operation behandelt wird. Antropologen hat Kuntikeo nun vier Jahre lang Dorfbewohner aus der Isan-Region auf den Parasiten untersucht. Mit Hilfe von Ultraschallgeräten und Urintests fand der Arzt heraus, dass bis zu 80 Prozent der Bewohner einiger Gemeinden den tödlichen Parasiten zu sich genommen hatten. Während er versucht, Informationen und Warnungen über das Koi-Plagericht zu verbreiten, hat er Probleme, die ältere Generation zu überzeugen, die seine Warnungen abtut. Diejenigen, die sich trotz des Gesundheitsrisikos gegen eine Änderung wehren, behaupten, dass das Kochen des Fisches, die beste Methode, den Parasiten abzutöten, den Geschmack völlig verdirbt.